Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück bei Steinwallens Welt, meinem regelmäßig, unregelmäßig erscheinendem News-Format. Die letzte Ausgabe liegt doch schon einige Zeit zurück. In der Zwischenzeit gab es zwar ein Sommerloch, aber es ist auch ziemlich viel passiert. Insofern lasst uns keine Zeit verlieren und vielleicht gleich mit der für mich zumindest wichtigsten Nachricht der letzten Wochen und Monate einsteigen. Nämlich bei Paradox gab es einen Wechsel an der Spitze. Die CEO Ebba Ljungerud hat, ich glaube man kann es so sagen, hingeschmissen. Mit sofortiger Wirkung ist sie von dieser Position zurückgetreten und Frederic Wester ist der neue CEO, aber in gewisser Weise auch der alte, denn er war ihr Vorgänger und in ihrer Zeit war er Aufsichtsratschef. Und diese Pressemitteilung deutet darauf hin, worum es geht dabei, nämlich um unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Firma. Das ist zwar sehr allgemein formuliert, niemand weiß eigentlich, was genau damit gemeint ist. Es gibt auch, glaube ich, keine weiteren offiziellen oder inoffiziellen Erklärungen. Insofern werde ich mich jetzt auch hier aller Spekulationen enthalten. Aber eine Sache zumindest, die gibt es inzwischen, denn zum Monatsende, das war am 1. September, wurde eine weitere Pressemitteilung veröffentlicht und offenbar mit der ersten wichtigen strategischen Entscheidung von Frederic Wester. Nämlich, es wurde erschienen, diverse nicht angekündigte Spiele abzubrechen, die Entwicklung daran zu Cannes. Und zwar mit hohen Verlusten, Abschreibungsverlusten. Und das ist, glaube ich, der Grund auch, warum diese Pressemitteilung herausgegeben werden musste, weil es aktienrechtliche Gründe hat. Das ist schon sehr spannend, was da passiert. Es wird begründet, dass die Strategie ist, sich wieder stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, nämlich auf Strategie und Management Spiele. Aber, was eben so interessant ist, wahrscheinlich so als Beruhigung haben sie das mit reingeschrieben, es wurde gesagt, dass sie trotz dieser Beendigung von diversen unangekündigten Spielen noch an 15 neuen Spielen arbeiten. Jetzt Achtung, das sind natürlich jetzt nicht 15 Grand-Strategy-Spiele à la Victoria 3. Wir reden hier vom Publisher-Paradox, nicht vom Entwickler-Paradox. Aber sie haben es schon erklärt, also von diesen 15 sind vier angekündigt, das heißt, elf Spiele sind noch nicht angekündigt. Und zu diesen vieren gehört Victoria 3. Crusader Kings 3 für Konsole, das rechnen sie als eigenes Spiel, okay. Die Shadowrun-Trilogie, auch die rechnen sie als eigenes Spiel, obwohl es die eigentlich schon gibt, okay, für Konsolen. Und Vampire the Masquerade, Bloodlands 2. Das ist insofern interessant, weil das ja auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Aber das deutet darauf hin, dass sie das auf jeden Fall zu Ende bringen wollen. Ja, und das heißt elf weitere Sachen. Ich hoffe nicht, das sind noch elf weitere Spiele, die wir schon kennen, die für Konsolen entwickelt werden. Wer weiß. Auf jeden Fall, da ist wohl richtig groß reinem Machen angesagt. Und man kann gespannt sein, was sie dann nächstes Jahr so ankündigen werden nach diesem Wechsel. So, jetzt gehen wir aber mal zu ein paar konkreten Spielprojekten, die erscheinen oder erschienen sind in nächster oder vor kurzem. In nächster Zeit oder vor kurzem. Unter anderem möchte ich euch hinweisen auf Imperium's Age of Alexander. Das ist ein DLC zu Imperium's Greek Wars. Das Spiel sollte Zuschauer meines Kanals bekannt sein. Ein hervorragendes Spiel, ein Let's Play, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dieses Spiel bekommt ein erstes großes kostenpflichtiges DLC. Und zwar erscheint das am 7. Oktober. Also morgen, wenn ihr das heute seht, wo ich das hochlade. 7. Oktober. Preis ist mir noch nicht bekannt. Worum geht's bei Age of Alexander? Es gibt eine komplett neue Karte. Es ist quasi wie ein neues kleines Spiel, was ihr dazu erhaltet. Denn es gibt eben nicht nur diese neue Karte, die ihr hier so ein bisschen seht. Natürlich könnt ihr halt die Eroberung Alexanders hier nachvollziehen und Kleinasien erobern bis zum Indus. Sondern es gibt auch diverse Veränderungen der Spielmechaniken. Also neue, tiefergehende Möglichkeiten. Unter anderem könnt ihr militärische Reserven bilden. Ihr könnt Einheiten vorübergehend auflösen, zu Bürgern machen, um dort eure Wirtschaft zu stärken. Aber mit der Zeit verlieren sie Erfahrung. Ihr könnt die Wirtschaft weiter spezialisieren. Also das ganze Thema Produktion ist ausdifferenziert worden. Es gibt jetzt spezialisierte Gebäude für verschiedene Ressourcen. Da muss man sich dann entscheiden, will man in diese Sache investieren? Also will man zum Beispiel in Spezialisierung investieren oder will man eher eine breite Produktion haben? Es gibt jetzt regionale Hauptstädte, wo man also Macht delegiert an lokale Gouverneure. Das ist das Problem aber, dass sie möglicherweise als Rivalen stark werden können und einen selbst gefährden können. Ist ja durchaus ein Thema bei Alexander. Und es gibt die Möglichkeit Botschaft zu entsenden. Das heißt, bei der Diplomatie hat man noch neue und differenziertere Möglichkeiten. Wenn ich es schaffe, will ich spätestens in der nächsten Woche nochmal ein gesondertes Video dazu machen. Aber weil morgen der Release ist, will ich es hier schon mal angekündigt haben. So, dann gibt es mal wieder ein neues Aufbauspiel im Mittelalter-Setting. Ja, man ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht, man stöhnt schon, wenn man schon wieder hört. Es gibt einen neuen Banished-Klon, der drölfsigste. Settlement Survival heißt dieses Spiel. Es erscheint am 11. Oktober. Derzeit ist es, glaube ich, noch als Demo spielbar im Rahmen dieses Steam Next Fest Festivals. Sonst, ja, ich glaube, es ist nicht schlecht. Also, es gibt viele, die einfach richtig scharf sind auf solche Spiele. Insofern scheint es diesen Markt zu geben. Schaut euch das an, wenn ihr das mögt. Ich werde vielleicht auch die Gelegenheit später nochmal ergreifen. Ich glaube, es geht ab einem bestimmten Punkt dann sogar ein bisschen über Banished heraus, weil es halt hier sehr, sehr große Gebäude dann auch noch gibt, die man erstmal finden, freischalten muss über Blueprints und, und, und. Es gibt hier, man kann die Landschaft ein bisschen verändern. Es gibt da, und es gibt historische Szenarien, was ich auch ganz interessant finde. Zum Beispiel die Beulenpest oder die Katastrophe auf der Osterinsel und, und, und. Also, das Spiel ist sicherlich ein Blick wert, auch wenn man leider bald nicht mehr durchsieht, was es alles für neue Aufbautitel gibt. Machen wir weiter mit Grand Tactician The Civil War. Auf dieses Spiel möchte ich unbedingt nochmal hinweisen. Das ist schon relativ lange im Early Access gewesen, aber jetzt am 24. September erschienen. In der Vollversion ist ein Ein-Mann-Projekt eines Entwicklers Oliver Keppelmüller. Er hat vorher, glaube ich, schon ein Spiel ähnlicher Art zum Siebenjährigen Krieg gemacht. Jetzt also zum Amerikanischen Bürgerkrieg. Ein Grand Strategy Spiel, was aber durchaus einen starken Fokus auch auf die Schlachten legt, die man, ich glaube, es ist falsch zu sagen, die man in Total War Manier spielt. Nein, die sind also deutlich simulativer. Das heißt, es wird sogar, glaube ich, so eine Art Meldewesen simuliert. Das heißt, man muss Befehle von den Generälen zu den Einheiten bringen. Das dauert eine gewisse Zeit. Also solche Sachen werden mit simuliert. Was das Interface betrifft, sieht das, ich finde, sehr, sehr atmosphärisch, sehr schick aus. Zum Spiel selbst kann ich nicht sagen, ich habe es nie getestet. Am Anfang gab es viel Kritik, weil es sehr buggy sein soll und die Balance Probleme macht. Aber inzwischen sind die Steam-Bewertungen ziemlich gut. Also insofern lohnt sich das vielleicht jetzt, sich mal das Ganze näher anzuschauen. Dieses Spiel aber scheint sich auf jeden Fall zu lohnen, nämlich Potion Craft, ein Alchemisten-Simulator. Das klingt hochinteressant und, finde ich, macht auch grafisch sehr, sehr viel her. Ja, also hier geht es darum, dass man in so einer mittelalterlichen Welt, ich glaube, auch mit fantastischen Elementen, einen Alchemie-Laden betreibt und Tränke herstellt. Und nicht nur das, das ist auch so eine Art Wirtschaftssimulation. Das heißt, man muss richtig einen Shop betreiben. Man muss, also wie ihr seht es hier, Alchemie betreiben, aber halt auch Einkauf, Sammeln von Kräutern im Blick behalten, Forschung, man muss Dinge sicher ausprobieren, um neue Sachen hinzubekommen. Man muss Sachen, kann man einkaufen und so weiter. Rezepte müssen gefunden werden. Das sieht alles sehr, sehr, sehr cool aus, um ehrlich zu sein. Eine tolle Idee und hat auch unfassbar gute Nutzerrezensionen auf Steam mit 92%. Ist im All Access, kostet auch nicht die Welt. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen. Ihr solltet es vielleicht auch tun. Dann, dann eine wichtige Sache, die noch passiert ist in den letzten Wochen. Es gab eine Ankündigungsshow von THQ Nordic anlässlich ihres 10-jährigen Geburtstags. Und da waren sehr interessante Sachen dabei. Unter anderem ein neuer, ein dritter Teil von Jagged Alliance. Ja, eben von Jagged Alliance. Dieser großartigen Strategiespielreihe. Und wer Teil 2 gespielt hat, oder auch Teil 1, aber Teil 2 besonders, der weiß, Teil 2 ist definitiv eines der besten Strategiespiele aller Zeiten gewesen. Hat Kultstatus. Gibt heute noch Leute, die das intensiv spielen. Und es gab diverse Versuche, diese coole Reihe irgendwie fortzusetzen. Alle Versuche sind gescheitert. Diesmal könnte es aber was werden. Denn erstens steht mir THQ Nordic dahinter ein Publisher, der richtig Kohle hat. Und zweitens macht es ein Entwicklerstudio, das ich sehr, sehr, sehr schätze. Nämlich Hammermont Games. Die haben Surviving Mars gemacht. Und vorher Tropico 4 und 5, glaube ich. Die machen richtig gute Arbeit, meines Erachtens. Also Surviving Mars war schon in der Release-Version einfach ein Top-Spiel. Und ist immer besser geworden. Wie auch immer. Die arbeiten hier dran. Und für diejenigen, die Jagged Alliance nicht kennen. Das ist eine Art Mischung aus Strategie und Taktikspiel. Also Taktik im Sinne von XCOM Kämpfen. Ihr seht hier so ein bisschen schon die Grafik, die das haben wird. Strategie dahingehend, dass man auf so einer tropischen Insel einen Diktator bekämpft. Und so Zone für Zone erobert. Dafür Söldner anheuert. Das Ganze hat aber auch einen Rollenspielanteil. Weil die Söldner halt sehr coole, markante Figuren sind, die richtig Kult-Status schon genießen. Also alle, die Teil 2 gespielt haben, die wissen das. Und außerdem hat es noch einen Wirtschaftssimulation-Anteil. Das heißt, man muss diese eroberten Gebiete wirtschaftlich ausbauen, Wachen anstellen, Produktion erweitern und, und, und. Also es ist super cool. Es hat ein cooles Item-Management-System, also bis zur Simulation der Patrone. Wirklich ein krasses Spiel gewesen. Und ich glaube, wenn es jemand kann, dann können die es. Und die sind, glaube ich, auch dieser Reihe sehr, sehr verbunden. Also ich glaube, die wissen, was sie tun. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Es gibt noch kein Release-Datum, aber vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Außerdem hat Teach Cronautic noch was Interessantes angekündigt, nämlich Superpower 3. Superpower ist eine Spielereihe, die so Grand Strategy in der Gegenwart machen will. Das ist ja tatsächlich eine große Marktlücke. Meines Erachtens gibt es kein wirklich richtig gutes Spiel in dieser Hinsicht. Paradox packt es nicht an. Vielleicht schafft es jetzt Teach Cronautic mit Golem Labs. Das kann gut werden, das kann auch richtig doof werden. Man weiß noch nichts. Man hat ein paar Screens, so wird das aussehen. Die vorherigen Teile von Superpower waren meines Erachtens alle nicht ganz so dolle. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja jetzt was. Ihr seht es, ja gut, hier kann man seinen Herrscher bauen. Das finde ich eher ein belangloses Feature. Ansonsten so richtig viel sehen wir nicht, außer, ja gut, das Interface macht schon ein bisschen was her. Aber klar ist, das wird auch wieder so eine Art Tabellenkalkulation spielen. Naja, so wie wir Grand Strategy Spieler das ja eigentlich auch irgendwo lieben. Mal gucken. Es ist gerade so, Gegenwartspolitik ist super heikel. Man kann so richtig scheitern. Aber wenn es gut wird, hat man auch meines Erachtens Hitpotenzial. Wir werden das beobachten. Dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber mir wichtig. Drova ist ein tolles Action-RPG, was in der Entwicklung ist von einer kleinen deutschen Entwicklergruppe. Ich habe es mal im Stream gespielt. Es sieht nicht so aus, aber es orientiert sich sehr stark so vom Spielgefühl her an die Gothic-Reihe. Und macht richtig Spaß. Also die Demo ist richtig super zu spielen. Und die haben was Neues veröffentlicht, nämlich zusätzlich gibt es jetzt also zusätzlich zu diesem ersten Handlungsstrang, den man dort durchleben kann, gibt es jetzt einen Arena-Modus, wo man mehrere Wellen bekämpfen kann. Fünf Minuten lang dauert das und sein Skill im Kampfsystem testen kann. Ich glaube, da gibt es dann auch richtig eine Season, wo es ein Ranking gibt, wo man quasi sich vergleichen kann mit anderen. Sie wollen einfach neben der Entwicklung natürlich das Spiel so ein bisschen im Gespräch halten und zeigen, was sie so machen. Und da ist das natürlich auch eine nette Idee. Also, wenn ihr das Demo runterladet, ich glaube, das ist komplett kostenlos, könnt ihr ab jetzt auch diesen Arena-Kampf ausprobieren. So, und dann will ich zu guter Letzt noch auf meine Gamesplanet-Rabattcodes und Gutscheine hinweisen. Aktuell sind hier drei Spiele mit Gutscheinen ausgestattet. Einmal Disciples, ganz neu, Liberation. Das ist so eine Art Heroes of Might and Magic-Klon, obwohl die Reihe auch schon altehrwürdig ist. Da gibt es einen neuen Teil, der am 21.10. erscheint. Korot ist jünger Stein, könnt ihr einiges an Geld sparen. Und natürlich Age of Empires 4 ist noch dabei und dann Total War Warhammer 3 mit den entsprechenden Codes. Wenn ihr diesen Link hier nutzt, der jeweils darüber eingeblendet ist, dann und nur dann, nicht durch den Code, nur durch den Link, unterstützt ihr diesen Kanal. Ihr könnt übrigens mit dem Link dann auch irgendwas anderes einkaufen. Das ist am Ende komplett egal. Wichtig ist der Einstieg. Vielen Dank dafür und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns bei irgendeinem Video oder vielleicht der nächsten Ausgabe von Steinwallens Welt. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.